Ich wollte mal ein kleines Bauchupdate hier im Facebook für euch und zwar einfach auf die Kante setzen, Füße kreuzen, Bauchspannen rein, schön nach hinten fallen lassen ein bisschen und jetzt einfach über Kreuz zu Schulter ran, strecken und rücken. Schön für die schrägen Bauchspannen. Das war schön, 20 Stück was da davon und dann gibts ein bisschen Backmuskel. Geht was? Das war schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017